Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit Spellstone. Ja, ich fände hier gerade mal drauf. Und zwar, irgendwie ist es hier extrem leise. So, so. Wenn ich unterwegs bin, habe ich immer Angst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da hat er die Kopfhörer drin. Und wenn man das Spiel anmacht, aber währenddessen Musik hört, dann geht die Musik weg. Und dann fängt das Spiel an mit dem Ton. Ich weiß immer nicht so genau, ob der Ton jetzt über die Kopfhörer läuft oder volle Pulle über die Lautsprecher. Und dann sitzt man halt immer da und guckt die Umgebung an, ob die Leute einen schon schief angucken. Weil man gerade irgendwas Lautes anmacht und die Leute nicht wissen, was es ist und man hört das, du willst. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade wieder ins Spellstone unterwegs. Wir machen jetzt erstmal ein Arena-Kistchen auf. Ja, wir haben wieder, ich finde meiner Meinung nach, gut abgeschnitten beim letzten Gilden-Event. Da waren wir recht gut unterwegs. Haben auch wieder alle eine blaue Karte bekommen. Deswegen herzlichen Glückwunsch an die Gilde und danke an die Gilde, alle die mitgemacht haben. Das Gildensystem ist nach wie vor alles, was zwei Tage lang offline ist, fliegt raus. Und alles, was in Gildenkämpfen effektiv war, also jeder, der effektiv mitgewirkt hat bei den Sachen, kriegt den Veteranen-Status. Das ist auch für mich deutlich einfacher, dann auch die Leute rauszufiltern, die gut unterwegs sind. Schade, dass er jetzt hier zwei Tage hat, wird demnächst wahrscheinlich auch rausgeworfen. Das macht dann Klinsen wahrscheinlich, er hier ist ausgetreten. So sieht das hier quasi aus. Aber es gibt dann halt auch mal einen Anschwung. Ja, ihr seht das hier, vor vier Tagen war die Gilde plötzlich voll, wir sind auf 50. Mit einem Gilden-Event und dann kannst du die Leute da ja nicht kicken. Aber naja, wie gesagt, wer effektiv ist und gut mithilft in der Gilde, der kriegt sofort den Veteranen-Status. Und ja, was haben wir zu tun? Schauen wir mal, was haben wir denn? Haben wir hier was? Hier haben wir nichts. Wir haben zwei Schlüssel, die werden wir heute auch noch aufmachen. Ich versuche immer dann mit dem Mausrad zu scrollen. Das wird nie aufhören. Diese Titan-Cores würde ich gerne eigentlich mal bekommen, aber das ist ja schon fast nicht mehr möglich. Mal darfst du drücken, mal musst du schieben, das ist immer ein Hin und Her hier. Also hier könnte man noch dran arbeiten. Aber man braucht ja eh alle. Und das ist gar nicht so einfach. Muss ich sagen. Also wirklich gar nicht so einfach. So was nicht. Na guck dich das an, das ist der Wahnsinn, was man hier antreten muss. Die Dinger räumen ganz alleine alle da ab. Guck dich das an. Da kann ich noch so sehr Fische hin... Okay, können wir gleich... Können wir gleich gemütlich sein lassen. Ich hätte so gerne diesen mystischen Boss oder was auch immer, diese Karte. Hätte ich sehr gerne, aber kann ich mir abschminken. Deswegen machen wir jetzt hier weiter. Na, das ist schon mal ganz gut gelegt. Das ist jetzt nicht so gut gelegt. Irgendwann ihn. Dann kommt er. Dann kommt er. Na ja, ihr seht, er hält auf jeden Fall ganz gut die Viecher auf. Er blockt das Ganze gut ab. Jetzt kommt meine Lieblingskarte hier, der kleine Piepzer. Den haben wir ja bekommen im Gilden-Event. Ich wünschte, ich hätte noch einen, hätte ich ihn jetzt auf vier Stufe machen können. Das wäre natürlich super geil. Aber na ja, man kann nicht alt haben. Und die Piepmetze sind halt nicht, äh... Ja, schwach. Die können ordentlich was. Die haben ordentlich was drauf. Ihr seht, ich tue auch den, äh... Red Claw Traveler einfach außer Acht lassen. Weil die Karten, die ich habe, die aktuell drauf sind, deutlich besser sind. Fühlt das an, der hat 10. Ach, 10 Schaden. Einfach so. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich muss halt immer gucken, in welcher Konstellation man die Karten bekommt. Man kann halt auch unheimliches Pech haben. Ähm... Ich bin da nicht, äh, von frei. Ich habe ziemlich oft Pech, äh, in der Arena. Aber na ja, was willst du machen? Kann man nicht ändern. Heißt, ich verliere auch relativ oft. Diese Ember Souls, die sammle ich mir, damit ich mir meinen Drachen irgendwann aufpushen kann. Deswegen, die kriegt man hier immer gedroppt. Äh, mal zwei, mal drei. Oder mal einen. Aber, äh, lohnt sich alle Male. Weil am Ende hat man auf jeden Fall eine sehr starke Drachenkarte. Sollte das mal, äh, wieder zum Event werden mit den Drachen. Dann hat man da auf jeden Fall gut was dabei. Ja, ich bin gespannt, was als nächstes kommt, weil irgendwann müssen die Fische hier ja wieder, äh, abdanken. Mal sehen, was denn kommt. Drachen, weiß ich nicht. Könnte sein. Möglich ist alles. Ja, so nach und nach. Ähm, ich muss aber auch sagen, äh, auch wenn ich die Fische, die, die Seafog nicht mag, ja. Aber, ähm, ich hätte sie mir doch holen sollen, weil die waren scheinbar jetzt aktuell das effektivste, was es gab. Also, das von den Events, die es gab, war dann, waren die auf jeden Fall die effektivsten. Also, da sind sogar die Frösche gegen abgestunken mitunter. Effektiver ging es schon fast gar nicht mehr. So, ich habe aber auch jetzt keine Uhr gestellt. Das heißt, ich weiß nicht, wann, äh, hier aufhören soll. Das heißt, ich mache jetzt einfach schnell durch hier. Oder was heißt, schnell? Ich mache halt durch. Und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Erstmal einen Abend, kleinen Piepmatz in Ruhe. Ja, den Greifen, den habe ich mir auch ausgebaut. Der ist jetzt auch high-end, sozusagen. Mein Piepmatz. So ein Nervkack. Sterbt. Hm. So, der ist jetzt 13 drin, wunderbar. Boah. Das ist diese random Kacke, die er mal irgendwo einschlägt. Hm, hm. Da haben wir wieder einen. Wir brauchen jetzt 250. Jo. Nein, danke. Äh, ich glaube 250 brauchen wir. Um, ähm, quasi, den nächsten Drachen, aber den Drachen aufzuwerten. Mal sehen, wie es läuft. Mal gucken, wie es luppt. Stacks sieht jedenfalls sehr gut aus, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden. Äh, sobald die, äh, Fischis aber keine Wirkung mehr haben, muss ich halt zusehen, dass ich entweder, äh, Karten schon habe von dem anderen Event, was kommen wird. Oder, ähm, ja. Oder, äh, ich hole sie mir dann halt dann, wenn es soweit ist mit dem Event. Ich weiß es leider nicht. Weiß nicht, wie meine Vorgehensweise da ist, weil ich auch noch nicht weiß, was kommt. Wenn Drachen kommen, kann es sein, dass ich da nochmal Geld reininvestiere, weil ich Drachen super cool finde. Ähm, auch wenn die nur ans Event gebunden sind und ans Event gebunden gut sind, aber, äh, ich hätte schon gerne Drachen. Einfach nur, um sie zu haben, weil ich sie nicht schwende. Die Karten. Boah, 30 Schaden hat er eben gerade reingedrückt. Irre. So, mehr können wir hier jetzt nicht machen. Tü, 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 tü. Da noch ein paar Sternchen hat man gebraucht. Sieben Sternchen. Dann würden wir hier, ähm, einen blauen bekommen. Haben wir dann irgendwas? Ne, nur einen kleinen Energie tragen. Ja, diese Epic-Fragmente, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich davon halten soll. Hätten sie uns gleich einfach auch ein Epic geben können, dann wäre gut gewesen. Also, so ein Epic-Päckchen. Aber gut. Wir wollen nicht nörgeln. Das ist eine doofe Eigenschaft, die sie da eingebaut haben. Doofe, doofe System. Aber, naja. So, ähm, das lassen wir jetzt einfach mal durchraddeln. Weil ich einfach zu viele habe jetzt, ne? Sonst stehen wir hier noch ewig. Können ja schauen, dass wir vielleicht mein, ähm, meinen Rang hier hochkriegen auf 14. Ich bekomme mittlerweile auch mal blaue, tatsächlich, äh, also blaue, äh, äh, runenfragmente, blaue Runensteine zum Verwerten, hier gedroppt. Das funktioniert recht gut. Natürlich jetzt nicht. Wenn ich was zeige, dann geht das natürlich nicht. Wäre ja Schwachsinn, wenn das funktionieren würde. Ohne Momento. Da bin ich wieder. Und weiter geht's. Ah, könnte sich ausgehen. Nicht mit dem hier, aber ich habe ja noch so eine Erweiterung. Wo ich mir ein paar, äh, Pounties geben lassen kann. Hm. Ne, das geht sich nicht aus. Nur mit den anderen vielleicht. Da könnte es was werden. Ich denke, das werden wir machen. Warum nicht? Ja, hier haben wir wieder eine grüne. Ist immer ganz cool. Freue mich da auch drüber, weil ich meine Karten damit natürlich extrem aufwerten kann. Wobei extrem, glaube ich, schon zu viel gesagt ist. Also, es ist auf jeden Fall gut. So. Jetzt rattern wir das hier mal ein bisschen schneller durch. Ja, eine legendäre habe ich aus einer, also eine legendäres Runenfragment, oder wie auch immer die Dinger heißen, ähm, habe ich bekommen aus der Arena-Kiste. War ich auch sehr überrascht, aber man braucht leider von den, äh, von den, von den, von den Lilanen mehr. Also, mit einem kannst du das nicht machen. Da brauchst du wirklich, ich glaube, zwei oder drei. Können wir gleich gucken. Aber mit einem funktioniert es leider nicht. Da muss man halt Glück haben und noch eine mehr bekommen. Obwohl ich der Meinung bin, dass es so schön schwer genug ist. Aber naja, was willst du machen? Ja, wie gesagt, äh, was mir gerade noch eingefällt, äh, die Gilde hat wieder Platz. Wer rein will, soll kommen. Aber, ihr wisst, die Voraussetzung, zwei Tage, und, äh, wenn du dann offline bist, zwei Tage, dann fliegst du. Das hat einfach den Hintergrund, ähm, wenn mal ein Event ist, dann können wir das nicht gebrauchen, dass da Leute sind, die einfach nichts tun und einfach nur da sitzen. Und, ja, ich meine, die Leute bekommen ja auch nichts. Die bekommen ja nur was, wenn sie auch wirklich eine Leistung bringen. Ähm, aber, ja, so Events sind, wo eine Gilde gegen uns kämpft und, äh, wir nichts dagegen zu setzen haben, weil unsere Leute in AFK sind oder gar nicht kommen, online kommen und so weiter. Und, ja, das bringt halt überhaupt nichts. Wir müssen ja Punkte kriegen. Und, das bringt es halt dann überhaupt nicht, wenn die Leute nicht da sind. Weil, dann haben wir Verluste und die gewinnen. Tada! Nein! Naja, gibt mehr Gold und, äh, die Rate wurde erhöht, dass man irgendwas Tolles bekommt. Und, ja, weiß ich nicht, ich glaube irgendwie noch nicht dran. Na, glaube ich erst, wenn ich sehe, dass das deutlich besser geworden ist. Aber ihr seht, äh, hier verändert hat sie nicht. Ich kriege nicht mal diese Arcan-Kristalle. Also, so doll ist es jetzt auch nicht geworden. Ich kriege nicht mal mehr ein, oder was? Ja, jetzt habe ich mal wieder einen Arcan-Splitter. Also, falls ihr euch denkt, mit, äh, Stufe 14 PvP ran, kriegt ihr schneller tolle Sachen, äh, lasst euch gesagt sein. Äh. Gibt's nicht. Hier wird nicht. Plöng. So. Sind wir hier durch. Und, so. Kraft-Ding-Grid. Oh, ist denn das? Irgendjeres Paket. Achso, kannst du aus den Dinger denn hier machen. Alles klar. Ja, den hätte ich gerne gehabt. Aber ich komme an dieses Teil da nicht ran. Irgendjer sind einfach zu stark. Mir zu stark. Und das sind die mystischen Karten hier. Ist der Wahnsinn. Wenn du auf sowas triffst, dann verliert ihr Alit. Da hast du einfach keine Lust mehr. Heilt alle um vier, gibt allen Ermächtigen vier. Also, mehr Schaden. Äh. Soll ich dazu sagen. Wenn du auf den triffst, dann kannst du eigentlich einpacken. Wenn du den nicht instant tot kriegst, weil dein Tier hier auf High-End ist und so, dann war's das. So. Und jetzt das, was wir eigentlich machen wollten. Und zwar, äh. Ich glaube, ich habe hier eine Ruhe. Genau. Patsching. Aha. Pierce und Health. Das ist gut. Ah. Kriegen wir direkt noch eine. Schön. Und Kraft. Naja, die mag ich nicht so. Ja, selten immer welche von meinen Karten dabei, die sowas können oder dagegen gefeit sind. Oder diese Fähigkeiten überhaupt drauf haben. So. Ganze Gelumpe hier weg. Weg, weg, weg. Dampfsturm. Bäh. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier noch irgendwie ein legendäres Ding rumliegen habe. Jo. Dann gleich mit verdampft werden. Aber wir machen ja gleich Karten auf. Ach, warte, die kann man auch zerbrezeln? Wie viel bringen die? 102. Okay, Moment. 20 braucht man davon. Und ich brauche dieses Flubi-Zeug nicht. Brauche das Flubi-Zeug nicht. Brauche das Flubi-Zeug nicht. Das machen wir jetzt. Finde ich gut. Zip. Confirm. Ist vielleicht eine total dumme Sache, aber ich mache das jetzt. Ja. Ist das denn noch ernst? Ja gut. Alter. Jetzt müssen wir hier 102 Dinger davon durchstehen. Ich gucke mal was zu trinken. Warte, das könnte ein bisschen länger dauern. Holt euch mal Popcorn und genießt die Show. Heilige Scheiße. Ich kann es auch nicht wegklicken. Da könnte nur das heilige Alt-F4 helfen. Hallo? Mann, hätte ich das gewusst. Hätte ich das nicht gemacht. Erinnert mich irgendwie an so eine Indianer Musik. Hei, 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 hei. So, gut. Jetzt sind wir den Mist auch los. Wunderbar. So, jetzt will ich aber hier. Und so. Unkrafter, Ding. So. Nur um es mal gekraftet zu haben. Ich kraft mal gleich noch ein paar. Ihr könnt es ja. Dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Was ist da drin? Auf. Aha. Aha. Okay. Also zum, äh, auffüllen. Oh. Zum auffüllen ist das echt gut. Zum auffüllen war das gar nicht schlecht. Also ich hab hier wieder ganz gut, äh, Sachen drin. Hei, healing. Ich glaub ich hab keine einzige Karte drin, um einen Deck, die heilen kann. Egal. Mal. Bin ihr euch. Der Nachbar kloppt wieder irgendwas aus. Ich hasse das. Ähm. So, wir wollen Karte aufmachen. Wir sind gut dabei. Rrrt. Rrrt. So. Ich hab immer noch keine Ahnung, was davon jetzt besser ist. Ich mach jetzt die Dinger auf. Äh. So. Dann schauen wir mal, was wir kriegen Yes, yes Und yes, und yes, und yes Und yes, und yes, und yes Yes, yes, yes I'm so lucky Lucky, lucky Wie geil ist das denn, Frosch und Avian Ich liebe Frösche und jetzt auch noch Avian Yes, wie geil Ist das geil Oh weia Oh mein Gott, okay Okay, okay Tiefluft, mein Clip Erstes Ding aufgemacht und gleich Legendary Wundervoll Wundervoll Puh, schönes Ding Okay Wollen wir weitermachen? Komm, wir machen weiter Ich kann euch sagen Die Legendäre kommt direkt in mein Deck Scheiße, lucky ey Oh weia Da glaubt mir auch kein Mensch Machst das erste Ding auf und hast da gleich die geilste Karte drin Die da haben Natürlich gibt es noch Drachen, die mir auch gefallen würden Aber das war ja nun wirklich Der beste Mischmasch Hallöchen, Chaos Sturm Und ich werde sowieso zerbrezeln Dich mag ich nämlich nicht Ach ne, ey, es hat immer so ein bisschen laggy ist, verstehe ich nicht Wenn hier irgendwelche tollen Sachen aufgehen, dann dauert das nochmal vor lange mit dem Berechnen Da war jetzt nur Scheiße drin, aber ist nicht so schlimm Ich bin jetzt schon glücklich Ich hab alles was ich will Mich kann es jetzt nicht mehr schocken, glaube ich Ich hab ja schließlich jetzt schon was richtig Gutes gekriegt Also glücklicher kann ich nur werden, wenn noch ne Legendäre droppt Aber Wahnsinn Mal gucken, wie weit wir noch machen können, bis mein Decklimit erreicht ist Mein Itemlimit Irgendwann kann ich keine Karten mehr halten Deswegen ist es immer ganz gut, die Dinger direkt zu Staub zu machen Aber manchmal hab ich da sowas aufblitzen sehen und mir gedacht Hä? Moment Was ist da aufgeblitzt? Das sah ja so blau aus, warum hab ich das nicht bekommen? Deswegen mach ich das jetzt nicht mehr Ich vertrau dem Ding da nicht Immerher mit den grünen Staub brauchen wir noch und nöcher Aber echt unheimlich lucky Ihr seht es kommt gar nichts mehr Die Legendäre am Anfang war natürlich wieder der Knuller Kein Platz mehr Wir müssen Platz schaffen Und dann zack und zack und zack und zack und weg Und du auch und du und du sowieso Und ja und hier und da und du und du und du und du Na komm, weg mit euch Das ganze grüne Gelumpia loswerden Ich mein euch Weg, 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 weg Nee, du darfst bleiben Es sieht irgendwie noch witzig aus Und ist ein Drache Und ist süß Und verdampfen Und tschüss Dauert wieder ein bisschen Jetzt sind sie weg Da sind die Punkte Alles tut die Moment Gibt's nicht auch fürs Verdampfen irgendwas Ah hier Ne blaue Dauert aber noch eine Weile Da muss ich noch einige Karten verdampfen So Und weiter geht die wilde Frau Und weiter geht die wilde Frau Okay Kein Dealer Kein Dealer Kein Dealer Kein Dealer Vielleicht klappt es ja umgedreht Ne, scheint auch nicht zu klappen Einfach Jetzt nicht mehr lucky genug Mein Lack wurde aufgebraucht Beim ersten Versuch schon Ach, wenn ich die Karten hier so sehe Wenn ich die Frösche sehe Die Grauen und so Dann denke ich mir auch immer so Aber leider Oh Hallo Fällst die Tarn Dann denke ich mir also An die ersten Tage so zurück Wo ich mich gefreut habe Über alle Frösche die es gab Ach meine Süße ist am trinken Bei mir ist nämlich seit kurzem Jemand eingezogen Ich glaube am 28. Februar war das Und zwar meine kleine Yuki Ein Zwerghamstermädchen Die ist gerade am trinken Mega süß Hm Wenn sie ein bisschen älter ist Dann wird sie vielleicht auch noch mit eingespannt hier Dann zockt sie für mich Kann nur besser werden Ja Trink meine süße Trink Aber die sieht man auch recht oft hier Die kommen immer wieder Also ich weiß nicht Ob es da nicht genug unterschiedliche gibt Von den Karten Die grau sind Man sollte ja meinen Dass es von denen die grau sind Wirklich viel mehr unterschiedliche gibt Aber tatsächlich sehe ich von den blauen Lidernen und grünen Tatsächlich mehr unterschiedliche Also die ich noch nie gesehen habe Ja Die grünen die jetzt hier kommen Die habe ich schon öfter gesehen Ja Die hier So was hier kenne ich halt schon Aber jetzt die Lidane Die ich jetzt bekommen habe Die war ja Die habe ich noch nie gesehen Die ist mir komplett unbekannt Noch nie gesehen Am besten Willen nicht Aber so grün und so Gibt es glaube ich noch nichts Weil ich noch nicht gesehen habe Außer es sind Dinge Die aus Events kommen Also da scheint es auch Eine Art Rarität zu geben Super seltene grüne Und so Und super seltene lila Und super seltene blaue Die man so nicht einfach so bekommt Weil die sind ja auch alle Die ist ja Standard Die hier kommen So jetzt haben wir gleich geschafft Oh ist schon wieder full Können wir nochmal leer machen Verdammt Du und so und Ja du auch Und Hier und da So 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 Fuck Sick 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 Ey 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 Du nicht Haben wir aber doch noch alter glück gehabt dennoch gesehen habe dass ich ihn noch retten konnte wie sieht er eigentlich aus wenn er komplett ausgebaut ist kleines leuchte augentier alles klar so jetzt haben wir auf jeden fall wieder gut staub damit können wir dann auch die lila die lila eine karte aufbessern die ich da gekriegt habe machen die dd nein ja na na okay erst grün zu grün noch eine grüne kommt schon noch eine brauchbare blaue vielleicht war eine geile lila ok letzter versuch es sollte nicht sein na gut dann haben wir das erledigt ja jetzt haben wir noch zur auswahl die oder die tatsächlich muss ich sagen und jetzt nicht hier unbedingt so die beiden die mir gefallen zu 100 prozent deswegen lasse ich die jetzt nicht machen ist nicht so der fan von ja die lassen wir wir nehmen die hier der wäre natürlich schön sieht ja auch hübsch aus gut die letzte stufe sieht jetzt nicht hübsch aus aber der ist nämlich gar nicht so schlecht aber erst ab der letzten stufe wirklich gut weil da hält er alle avian deswegen hat keinen sinn den jetzt zu kriegen wohingegen jetzt vielleicht mit dem hier mehr sind natürlich nur mit dem auch mit dem macht es auch sinn den hätte ich auch gerne eben weil es ein drache ist aber mit ihm hier wird es wahrscheinlich mehr sinn machen den zu kriegen und den hier spiele ich ja auch recht oft wäre es auch sinnvoll den zu kriegen so schauen wir mal was wir kriegen zwei versuche haben war also attack drückt die daumen ach ok kleiner penguin kannst du vermächtigung wild schild weil finde ich jetzt nicht so prall aber er scheint auch nicht mehr zu können da gut er macht gut schaden hat ein bisschen gesundheit da kann man spielen kann man spielen muss man aber nicht so und jetzt letzter versuch jawoll sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr schön da freue ich mich natürlich wenn meine karten aufgebessert werden ich habe das ja beim letzten mal schon gesagt dass viele lila haben schön und gut aber man muss halt auch lila haben die man verknüpfen kann miteinander und das braucht halt sonst ging dann so er hat es nicht in mein deck geschafft macht einfach zu wenig schaden zu wenig gesundheit das ermittigen ist nicht schlecht verhexen ok aber ab hier macht er es wirklich sinn deswegen kommt er nicht in mein deck ja den haben wir auch viele drin vielleicht gar nicht warum ich finde der ist nicht so toll ich finde meine ganzen frösche so hallo so und aus dem werde das moment ich würde das gerne mal andersrum machen mit meinem deck hier so ok macht keinen unterschied am ende leuchtet trotzdem also fusionieren sehr schön zack gleich aufwerten high end so als nächstes bräuchten wir zwei von denen relativ unwahrscheinlich dass man so sagen darf ja von dem auch noch einen fällt mir gerade auf dann könnte man ihn auch aufwerten aber jetzt kommt hier froschi so er kommt ins deck müssen wir schauen welchen wir rausnehmen also den könnte man rausnehmen weil im brunst wild bringt mir nicht viel und da wir die wassertiefel eh demnächst austauschen müssen macht das sinn der ist nicht so gefährlich wie der der die und er die sind auf jeden fall sehr gut dass ich die drinnen habe der hier den spä auch selten gerne den nehmen wir raus weil der ist eher auf wild getrimmt das ist natürlich auch immer gut kann man nicht sagen gut dann wissen wir wer rauskommt er kommt raus und er kommt rein ich hatte jetzt in die hauen war richtig ja er ist drin sehr gut dann ist das deck jetzt wieder komplett freue mich wir haben eine gute runde gehabt und ja ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal los